Was hast du denn, du hast gewascht? 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 Was hast gewascht? Was hast du denn, du 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 hast gewascht? Was hast du, du hast gewascht? Was hast du, du hast gewascht? Was hast du denn, du hast gewascht? Damit, du hast gewascht? Was hast du denn, 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 du hast gewascht? Herzlichen Glückwunsch AG Top-Mobile. Den dritten Platz belegte der HSV Dresden. Da bin ich die Mannschaft nach vorne. Ich darf schon mal in der Bamba betreten. Ihr habt was für ein Wetter gehört hier. Ich habe jetzt ein Wetter gehört hier zu haben. Untertitelung des ZDF, 2020